Willkommen, Pyjama-Plagegeister. Romeo, wie bist du hier reingekommen? Ja, ich bin ein böses Genie schon vergessen. Und mit meinem neuen genialen Teleporter komme ich überall hin. Wie hierher, um euer Hauptquartier zu übernehmen. Ohne unseren Hauptrechner kannst du das Hauptquartier nicht nutzen. Und der Alarm hat ihn abgeschaltet. Ich hatte mich schon gefragt, wie ich es steuern kann. Das macht Spaß. Es ist irre hier. Hey, das ist mein Videospiel. Nicht mehr. Das ist jetzt mein Hauptquartier. Roboter wird also tun, was er will, bis Meister weiß, wie man den Hauptrechner einschaltet. Ja. Und mit all den Fähigkeiten und Funktionen übernehme ich dann die Welt, Herr Schub. Wie kommst du darauf, dass wir dich nicht aufhalten werden? Vor allem, weil ich das hier habe. Als könntet ihr und ein albernes Tablet mich aufhalten. Außerdem werdet ihr nicht hier sein. Es wird Zeit, Genialität einzusetzen. Das glaube ich kaum, Romeo. Sagt auf Wiedersehen, BJ Masks. Nein! Was ist passiert? Flatternde Federn! Romeo hat uns direkt aus dem Hauptquartier teleportiert. Genauso wie er sich hinein teleportiert hat. Er muss aus dem Hauptquartier verschwinden, bevor er rauskriegt, wie man den Hauptrechner einschaltet. Das wird er nicht schaffen. Folgt mir und meinem fantastischen Tablet. Zumindest hat Romeo noch nicht rausgefunden, wie man die Türen verriegelt. Los geht's! Okay, ich düse zum Katzenflitzer und aktiviere den Alarm. Und während Romeo ihn ausschaltet, schnappen wir uns den Teleporter. Guter Plan! Das müssen wir alles gar nicht machen. Mit Hilfe meines neuen Tablets aktiviere ich den Alarm des Katzenflitzers einfach von hier aus. Woa! Hä? Ups! PJ Masks Pyjama-Helden auf Disney Junior.